Chris Pine spielt zwar einen Geheimagenten, aber man kann ihn trotzdem riechen, wenn er in der Nähe ist. Der Jack Ryan Shadow Recruit-Star ist offiziell das neue Gesicht von einem Amani-Duft und das Produkt wird im Frühling auf dem Markt sein. Die Firma sagt in einem Statement, dass Chris mit seiner starken Ausstrahlung und seiner natürlichen Eleganz den Spirit der Marke widerspiegelt. Er habe ein großes Talent und die richtige Portion an Ironie am Set. Sein magnetischer Charme sei ideal für den Duft. Sicherlich ist es sehr aufregend für Chris, dass er nun bei Amani ist. Wir sind gespannt auf den Duft.